Hallo YouTube und herzlich willkommen zu dieser Ausblick-Folge. Edwohn, französische Schlachtkreuzer vorgestellt, vor kurzem von World of Warships. Und in diesem Video wollen wir uns damit mal ganz genau beschäftigen. Moin Seekräuter, moin Wohnzimmerkapitäne. Herzlich willkommen zu dieser Ausblick-Folge. Und World of Warships hat es wieder getan. Sie haben neue Schiffe vorgestellt und es geht schon wieder in den nächsten Tech-Tri. Und das werden die französischen Schlachtkreuzer ab der Stufe 8 dann sein. Es wird also einen Splitt in dem Forschungsbaum der Franzosen dann geben. Ich persönlich hatte eher mit leichten Kreuzern gerechnet. Aber sie machen offensichtlich gerade die Schlachtkreuzer irgendwie attraktiver. Schlachtkreuzer haben wir jetzt ja auch bei den Deutschen gerade bekommen. Vor einiger Zeit, also vor einem halben Jahr. Und jetzt sind dann eben die Franzosen auch mit dran. Jetzt haben wir hier die Toulon, einen T7 Premium Schlachtkreuzer. Der erste Schlachtkreuzer überhaupt, der auf T7 dann reingebracht wird. Und das wird wieder so ein bisschen ein besonderes Schiff sein. Weil es so ein bisschen die Eigenschaften der Forschungsbaum-Schlachtkreuzer haben wird. Und ein paar andere Eigenschaften, die dann nicht so typisch für den Schlachtbaum, also Schlachtkreuzerbaum dann sein werden. Und wie gesagt, ist das erste Mal etwa 305 Millimeter Kaliber auf der Stufe 7 dann verschießen. Hier mit 8 Granaten. Ich bin gespannt, wie sie das Schiff dann balancen wollen auf dieser Stufe. Das werden wir uns gleich reinziehen. Aber erstmal ganz kurz zur Geschichte. Chronogramm hat mich da im Hintergrund wieder zu unterstützt. Und er sagt mir folgendes. Sowohl der T7 Premium Kreuzer als auch der T8 und T9 Techtri Kreuzer basieren auf den Entwürfen für einen 17.500 Tonnen schweren Schlachtkreuzer aus den 1920ern. Dieses Design sollte die neuen italienischen schweren Kreuzer der Trento-Klasse kontern und war als Optimallösung vorgesehen, um die 35.000 Tonnen, welche Frankreich nach dem Washingtoner Flottenabkommen als Tonnage noch gestattet waren, auszufüllen. Dieses Design wurde jedoch mit dem Auftreten der deutschen Panzerschiffe der Deutschlandklasse verworfen, da sie diesen nicht gewachsen gewesen wären. Nun wollen wir uns mal ein bisschen angucken, was sich World of Warships hier initial für diese Schiffe so vorstellt. Erstmal hier, wie gesagt, bei der Toulon, wir haben hier 42.500 Trefferpunkte zu Buche stehen. Damit sind wir so 7.000 Trefferpunkte über den Daumen stärker, als das, was unser T7 schwerer Kreuzer, die Algerie hier mitbringt. Die Standardpanzerung beträgt allerdings 16 Millimeter. Das ist die gleiche Panzerung, die dann auch zum Beispiel die Algerie eben hat. Das ist so typisch für schwere Kreuzer auf der Stufe 7. Leichte Kreuzer haben 13 Millimeter Panzerung als Grund. Und da gibt es so ein paar Besonderheiten, die York zum Beispiel hat 25 und so. Aber das ist wirklich eher was Seltenes. Dieser Kreuzer ist ja, wie gesagt, ein Schlachtkreuzer, wird hier 60 Sekunden Branddauer haben. Also so lange brennen wie ein Schlachtschiff. Wie wir eben schon sagten, wir haben hier zwei Türme, A4 Rohre, 305 Millimeter. Die Basisfeuerreichweite soll hier 16,8 Kilometer betragen. Auf T7 können wir die Reichweite eigentlich nicht verlängern. Also von daher haben wir hier schon mal so einen Anhaltspunkt, 16,8 Kilometer um das Schiff herum. Da wird es dann langsam brenzlig. Denn die HE-Granate macht 4050 Alpha Damage, ist damit nur geringfügig schwächer als die Granate der Lyon. Und wir durchschlagen hier wohl 51 Millimeter Panzerung. Das ist auf der Stufe 7 ein richtiger Hammerwert. Dazu gibt es eine Chance auf Feuer, 17 Prozent. Und der Schuss ist sehr direkt, denn die Granate hat 500, 905 Meter die Sekunde. Also nochmal, 905 Meter die Sekunde. Ein sehr, sehr direkter Schuss, sehr flacher Schussbogen wird das wohl sein. Dann gibt es eine AP-Granate mit 8000 Alpha Damage Punkten. Das ist so 1500 Punkte weniger als die Lyon-Granate hat. Die hat ja auch mehr Kaliber. Aber die Granate fliegt unterschiedlich schnell gegenüber der HE-Granate. Da haben wir hier nämlich nicht so einen direkten Schuss, sondern hier haben wir nur eine Mündungsgeschwindigkeit von 798 Meter die Sekunde. Und damit ist ein bisschen der Bogen ein anderer. Man muss sich also umgewöhnen, wenn man zwischen HE und AP dann umlädt. World of Warships stellt sich hier initial eine Nachladezeit von 28 Sekunden vor für diesen Kreuzer. Und die Turmdrehdauer wird wohl für die 180-Grad-Käre 40 Sekunden betragen. Der Sigma-Wert ist relativ hoch angesiedelt, wie ich finde. Wir haben hier einen Sigma von 1.9 und eine Streuung auf maximale Kampfentfernung von 189 Meter horizontal. Dazu gibt es eine Sekundärbewaffnung mit 6,3 Kilometer Reichweite. 2 mal 355 Millimeter und 6 mal 2 100 Millimeter. Ja, der Penn-Wert, der wird jetzt hier nicht angegeben, wenn wir ein Sechstel-Penn drauf haben. Ist das halt, naja, eine nette Sache. Aber ich glaube nicht, dass man mit den Kreuzern bei 60 Millimeter Panzerung in der Regel in diesen Sekundärkampf reinkommt. Wie gesagt, ist Work in Progress. Ich habe die Dinger nur jetzt anhand dieser Werte hier zu bewerten. Und deswegen müssen wir da mal schauen. Auf T7 ist es sicherlich eher nochmal möglich, in den Nahkampf zu kommen, wenn man jetzt in den Matchmaking T6, T7 reinkommt oder so, als in den anderen Gefechten, wenn wir dann bis T9 gematcht werden oder so. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, der Fokus liegt hier auf was anderem. Dazu gibt es eine Flugabwehr, hier angegeben bis 5,8 Kilometer Reichweite, was schon mal ordentlich ist. Aber der kontinuierliche Schaden, der geht eigentlich erst ab der Kotstrecke, also ab zweieinhalb Kilometer wirklich los, als darüber ist eher so Puff, Puff, Peng, Peng, um es mal ganz einfach auszudrücken. Dann haben wir zwei Explosionen mit 1120 Alpha Damage zwischen 3,5 bis 5,8 Kilometer. Die Grundgeschwindigkeit, und das ist halt auch interessant, ist weiterhin recht hoch. Wir haben hier 30 Knoten, die dieses Schiff erreichen wird, ohne irgendeine Flagge oder so. Dann haben wir noch für einen Schlachtkreuzer eine angenehme Ruderstellzeit von 11,5 Sekunden und einen Wendekreisradius von 710 Meter. Oberflächenerkennbarkeit 11,5 Kilometer. Dementsprechend, wir können da auch wieder den Tarnungsmeister eventuell dann raufskillen. Dann gewinnen wir sogar 1,15 Kilometer Erkennbarkeit. Und ich glaube, da kann man dann sogar die Tarnung, den Tarnanstrich dann auch nochmal abziehen. Damit sind wir dann relativ niedrig erkennbar für diese Schlachtkraft dieses Schiffs. Wenn es denn so bleibt. Bei der Erkennbarkeitsluft 7,9 und wenn wir im Nebel stehen und schießen, gehen wir 8,8 Kilometer auf. Das ist ein interessanter Wert, wie ich finde. Ihr könnt jetzt gedacht, dass wir deutlich weiter aufgehen. Aber stellt euch mal vor, da steht so ein Kreuzer im Nebel, 305 Millimeter. Relativ genauso, wie sie das jetzt hier für mich liest. Und ihr seid so 9 Kilometer vor dem und der schießt aus dem Nebel raus und der ist gar nicht erkennbar. Interessant. Dann geht es weiter. Wir haben hier eine Menge Verbrauchsmaterialien an Bord. So stellt sich zumindest das World of Warships aktuell vor. Ein Schadensbegrenzungsteam, ganz normal. In Slot 2 können wir wählen zwischen Hydro und diesem Flakfeuer. In Slot 3 gibt es einen Jäger, um dann die Flugabwehr ein bisschen zu verstärken. In Slot 4, und jetzt kommt es, Hauptbatterie Nachladebooster. Und in Slot 5 dann sogar noch eine Reparaturmannschaft. Also Slot 4 Nachladebooster, Slot 5 die Reparaturmannschaft. 28 Sekunden lang aktiv. Ist also schon relativ stark ausgestattet, dieser Kreuzer. Hat dann übrigens drei Aufladungen und stellt dann wohl 212,5 Trefferpunkte pro Sekunde wieder her. Natürlich ungeskillt in dem Sinne. Ist auf jeden Fall ein sehr flexibles Teil. Liegt sich für mich auf T7 erstmal relativ stark. Ist schon klar, dass wenn man damit in 8er, 9er Gefechte kommt, die ganze Geschichte ein bisschen anders aussieht. Aber alles andere werden wir dann in Zukunft sehen. Macht auf jeden Fall mal einen spannenden Eindruck für mich im ersten Moment. Eine Sache fehlt hier allerdings bei der Toulon, und zwar der Motorbooster. Das ist ja eigentlich immer so eine Eigenschaft, was die Franzosen dann immer besonders als Flankenkreuzer sehr gut einsetzen lässt. Das ist hier bei dem Kreuzer auf T7 zumindest nicht mit dabei. Machen wir unseren Schritt zur Scherbuer, dem T8 Forschungsbaumkreuzer oder Superschwerenkreuzer, so könnte man das sagen. Es ist leicht zu erkennen, sehr ähnlich zur Dantykerklasse. Und natürlich die Geschichte, die Chronogramm schon rausgesucht hatte, die ich euch vorhin wiedergegeben habe, die trifft natürlich dann hier auch mit zu. So genauso wie bei dem T9 Kreuzer, beziehungsweise Schlachtkreuzer. Die Scherbuer wird initial 49.500 Trefferpunkte haben und damit eine ganze Menge. Da kommen auch normale T8 Kreuzer nicht so richtig mit. Wir werden hier standardmäßig 25 mm Panzerung haben und auch hier werden die Brände natürlich 60 Sekunden lang dauern. Das hat man ja mit den Niederländern schon so ein bisschen vor einiger Zeit ausprobiert, weil da ja dann auch dieser Schlachtkreuzer-Charakteristik ins Spiel reinkam mit diesen 60 Sekunden, was auch Kreuzer dann brennen. Auch hier haben wir zwei Geschütztürme. A4 Rohre, 305 mm Kaliber. Sind da also gleich geblieben von der Stufe 7 auf Stufe 8, auch wenn ich da jetzt gerade Premium- und Forschungsbombschiffe miteinander vergleiche. Die Feuerreichweite hat sich erhöht, 17,7 Kilometer und der HE-Schaden bleibt mit 4050 konstant. Auch hier dann ganz normal ein Sechstel-Penetration, 51 mm, 17% Brandwahrscheinlichkeit und auch die Mündungsgeschwindigkeit mit 905 m die Sekunde ist identisch. Bei der AP-Granate, da verändert sich aber ein bisschen was. Da kriegen wir 200 mehr Alpha-Damage, hoch auf 8200. Die AP-Granate fliegt deutlich schneller als bei dem T7 Premium-Schiff noch. Mit 807 m die Sekunde sind wir nur geringfügig langsamer als die HE-Granate, die wir verschießen. Wir haben hier dann eine Nachlehrzeit von 25 Sekunden. Auch die Turmdrehgeschwindigkeit ist hier jetzt mit 30 angegeben statt 40 wie beim T7er. Heißt, da sind wir überall ein bisschen besser geworden. Dafür nimmt der Sigma-Wert ab, nicht mehr 1,9, sondern nur noch 1,8, aber 197 m Streuungs-Helipse. Die Sekundärbewaffnung mit 7 x 2, 130 mm, kommt jetzt hier schon auf 7,6 km Kampfentfernung. Wer weiß, ob man da vielleicht doch mal drüber nachdenken sollte, dann mal zu prüfen, ob Sekundär hier irgendwo sinnvoll sein könnte. Ich kann es mir trotz alledem nur vorstellen, wenn man dann auf Brände geht. Weil wir werden auch hier ein Sechstel-Penetration wahrscheinlich dabei haben, denke ich mir jetzt einfach mal. Aber wir haben 9% Brandwahrscheinlichkeit. Also das ist eventuell so ein Punkt, den man dann mal in der Testchiff-Version ausporieren muss. Bei der Flugabwehr hat sich auch einiges getan. Die geht nämlich jetzt hoch bis 6 km. Wir haben 4 Explosionen zwischen 3,5 bis 6 km mit 1.400 Alpha-Damage dabei. Dann gibt es die Langstrecke mit 84 kontinuierlichen Schaden. Das ist jetzt noch nicht so der Burner. Ab 3,5 km kommt aber die Mittelschrecke dazu mit 133 kontinuierlichen Schaden. Und in der Kurzstrecke haben wir sogar 196 kontinuierlichen Schaden dann dabei. Und wir haben dann jetzt hier als neues Verbrauchsmaterial Defensivit Flakfeuer gepaart mit der Hydroakustischen Suche. Können wir dann auswählen. Also das ist vielleicht auch mal so ein Punkt, wenn man gerade wieder merkt, kommen wieder Flugzeugträger ins Spiel oder so neue. Dann ist es ja immer häufig, dass man das beobachten kann, dass sehr viele CVs dabei sind. Dann macht es dann vielleicht Sinn, darüber nachzudenken, das zu tauschen. Generell kann man noch was zur Geschwindigkeit sagen, bevor ich nochmal weiter zu den Verbrauchsmaterialien spreche. Die Geschwindigkeit hat hier zugelegt. Wir sind bei fast 32 Knoten. 670 Meter Wendekreis, 12,5 Sekunden Ruderstellzeit. Auf der Oberfläche sind wir dann mit 15,7 km erkennbar. Aber hier haben wir dann den fünften Slot ja zur Verfügung, wo wir dann ja auch dementsprechend die Tarnung nach unten bringen können, wenn wir dann möchten. Die Erkennbarkeitsluft mit 8,4 km und im Nebel gehen wir 12,2 km auf, wenn wir die Hauptgeschütze benutzen. Auch hier wieder eine große Anzahl an Verbrauchsmaterialien. Wie gesagt, wir haben natürlich ein Schatzbegrenzungsteam dabei. In Slot 2 eben Hydro oder DevAA. In Slot 3, da können wir wählen zwischen Jäger oder Motorboost. Und in Slot 4 gibt es dann den Hauptbatterie-Nachlebooster und Slot 5 dann die Reparaturmannschaft. Ich würde jetzt einfach mal so eine Voraussage machen. In Slot 3 wird wohl kaum einer den Jäger benutzen, sondern den Motorboost, um einfach auch den französischen Motorboost zu haben. 20% wird es hier wahrscheinlich wieder geben. Das heißt, da können wir unser Schiff dann nochmal ordentlich beschleunigen. Das sind dann 6,4 Knoten obendrauf. Dann fahren wir fast 40 Knoten. Wahrscheinlich mit Sierra Mike kommen wir auf die 40 Knoten. Und das für einen schweren Kreuzer oder Schlachtkreuzer, muss ich mich daran gewöhnen gerade, ist schon echt einen Hammer wert, wie ich persönlich finde. Nächstes Schiff in dieser Reihe ist dann die Brest. Und die hat 55.300 Trefferpunkte initial mit einer Basispanzerung von 25 Millimeter. Auch hier werden die Feuer wieder so lange brennen wie bei Schlachtschiffen. 60 Sekunden, wenn man dagegen nichts unternimmt. Dann haben wir hier eine Hauptbatterie. Da gibt es ein Upgrade, nämlich 330 Millimeter Kaliber jetzt in zwei TÜM A4 Rohre. Auch bei der Feuerreichweite werden 500 Meter raufgepackt zum T-8er, 18,2 Kilometer. Logischerweise, durch das größere Kaliber machen wir auch mehr Schaden bei der HE-Granate, 4.800. Es bleibt bei einem Sechstel-Penetration mit 55 Millimeter. Sind wir aber immer noch relativ gut aufgestellt auf der Stufe. Ja, die 330 dann, damit werden wir immer noch ordentlich penetrieren, auch bei Schlachtschiffen mit der HE-Granate. 35% Brandwahrscheinlichkeit und die Mündungsgeschwindigkeit nimmt ein bisschen ab, wahrscheinlich durch das größere Kaliber. 885 Meter die Sekunde. Und auch bei der AP-Granate merkt man das größere Kaliber. Da wollen wir dann 9700 Alpha Damage auswerfen. Und die Mündungsgeschwindigkeit ist mit 870 Meter die Sekunde konstant geblieben. Zudem, was der T-8er wohl als Mündungsgeschwindigkeit so hat. Die Nachleidezeit mit 25 Sekunden ist, denke ich mal, eine Gewöhnungsfrage. Die Kano lädt ja auch schon relativ lange nach, obwohl die 305er verschießt. Und dann die 180-Grad-Keere ist hier wieder ein Ticken Träger. 36 Sekunden, nicht mehr die 30, die der T-8er noch hatte. Der Sigma-Wert bleibt bei 1.8 und die Streuung, die nimmt quasi weiter zu auf 201 Meter horizontal. Aber das liegt natürlich auch an den 500 Meter mehr Kampfentfernung, weil es ja immer auf die maximale Reichweite ausgelegt ist. Die Sekundärbewaffnung ist mit 8x239 Millimeter angegeben. Aber auch die Sekundärreichweite ist gestiegen, nämlich auf 7,8 Kilometer. Also das ist wie bei den französischen Schlachtschiffen. Da fährt man normalerweise jetzt auch nicht so doll auf Sekundär, weil die Schiffe dafür viel zu weich sind, um regelmäßig in der Sekundärreichweite zu sein. Dafür gibt es ganz andere Schiffe, um sie zu benutzen. Aber man kann ja trotzdem darauf bauen, auch wenn das vielleicht nicht sonderlich effizient ist. Wir haben ja dann hier 10% Brandwahrscheinlichkeit und 2000 Alpha Damage pro Granate. Auch ich gehe hier wieder davon aus, dass ein Sechstel Penetration sein wird. Das haben sie jetzt hier nicht dazu geschrieben. Logischerweise, wir sind eine Stufe höher, also ist auch die Flugabwehr weiter verbessert worden. Wir bleiben bei 6 Kilometer Reichweite, haben dann aber schon 6 Explosionen mit 1680 Alpha Damage bis 3,5 Kilometer runter. Dazu gibt es in dem Bereich dann kontinuierlichen Schaden von 147. Und dann kommen wir schon zur Mittelschrecke. Ab 3,5 Kilometer kommen dann 189 kontinuierliche Schaden dazu. Und ab 2 Kilometer dann nochmal 228 kontinuierliche Schaden. Und die Trafferwahrscheinlichkeit liegt immer so zwischen 90 bis 85%. Auch hier bleibt der Kreuzer erstaunlich schnell. Vor allen Dingen auch wieder mit dem Hintergedanken, dass ein Motorbus dabei ist. 31,5 Knoten, 720 Meter Ruder, also Wendekreis, Ruderstellzeit 13,2 Sekunden. Und wir gehen hier 12,6 Kilometer zu Wasser auf. Wenn ich mir jetzt überlege, dass wir das halt jetzt schon dann wirklich sehr vernünftig runterskillen können. Ich bin gespannt, ob das während der Testphasen dann wirklich so bleibt. Erkennbarkeit zur Luft 8,8. Auch das verändert sich ja, wenn man dann hier auf Tarnungs gilt. Und wenn wir im Nebel stehen, dann gehen wir 10,3 Kilometer weit auf. Ich habe das Gefühl, das ist gerade, ja, das wird sich sicherlich nochmal ändern. Denn der 8er geht 12,2 Kilometer im Nebel auf, obwohl er nicht so weit schießt. Und der 9er dann 10,3. Ich glaube, da sind die Daten noch nicht so richtig konsistent. Denn auch die Oberflächenerkennbarkeit mit 12,6 bei der Rest. Der 8er geht mit 15,7 auf. Ich glaube, da wird sich noch ein bisschen was ändern, sagt mir mein Bauchgefühl. Bei den Verbrauchsmaterialien ist es genauso wie eben auch bei dem 8er. Schadensbegrenzungsteam, Slot 2, Hydro und DevAA im Tausch. Slot 3 gibt es den Motorboost. So wie ich das im Stream verstanden habe, wie gesagt, der französische Motorboost mit 20% obendrauf. Und im Austausch halt den Jäger. Dann haben wir den vierten Slot mit Hauptbatterienachladebooster. Ich vermute, das werden dann 50% oder sowas werden. Dann hat man halt mal 12,5 Sekunden Nachladezeit, kurze Zeit. Und dann gibt es in Slot 5 die Reparaturmannschaft. Jetzt kommen wir zur Speerspitze der französischen Schlachtkreuzer, nämlich der Marseille. Und da hat Chronogramm sich nochmal Gedanken zu gemacht und hat mir hier mehrere Zeilen mit auf den Weg gegeben. Der T10 ist komplizierter, schreibt er. Die Franzosen sind zwar in der Designphase für die Dunkirk-Klasse später auf die 330mm-Geschütze umgestiegen, welche ja dann auch im endgültigen Entwurf der Dunkirk verwendet wurden, sind aber eigentlich immer bei der Konstellation zwei Feelingstürme vorne geblieben. Einen vergleichbaren Entwurf in diesem Nelson-Style kennt er nicht von den Entwürfen der Dunkirk-Klasse. Er kennt sie allerdings von den Entwürfen der Richelieu-Klasse, denn da waren mal diese Geschütztürmanordnung mit drei Geschütztürmen A3-Rohre im Kaliber 380mm vorgesehen. Er schreibt dann weiter. Es kann natürlich sein, dass auch ein solcher Entwurf für die Dunkirk-Klasse existiert. Er ist ihm aber bis heute nicht bekannt. In der Tat ist dieser Designentwurf für mich durchaus gewöhnungsbedürftig. Wir haben jetzt hier quasi so eine Art Nelson-Isumo-Lenin-Verschnitt, also drei Geschütztürme in der Front mit drei Rohren. Aber wie gesagt, nicht 380mm, sondern 330mm-Kaliber bleiben jetzt hier erhalten. Ein paar Sachen verändern sich dann vom 9er zum 10er. Wir haben natürlich mehr Trefferpunkte, fast 67.000 Trefferpunkte. Damit sind wir am Ende nur knapp 7.000 Punkte hinter der Bugon. sind ja auch immer noch als Kreuzer eintarifiert. Das darf man nicht vergessen, auch wenn wir hier Schlachtkreuzer sind. Bei den Deutschen sind die Schlachtkreuzer zu den Schlachtschiffen gegangen. Bei den Franzosen gehen die Schlachtkreuzer zu den Kreuzern. Ist ein bisschen komisch, aber gut, muss man sich dran gewöhnen. Wir haben 25mm Grundpanzerung und 60 Sekunden Branddauer, so wie wir von den anderen Schlachtkreuzern schon kennen. Wir schießen jetzt hier 19,6 Kilometer weit. Bei der AP und HE-Granate hat sich nichts verändert. Der Alpha-Damage, der AP-Schaden ist gleich, der HE-Schaden ist gleich, die Penetration ist gleich, Brandwahrscheinlichkeit, Minusgeschwindigkeiten. Alles identisch, nur die Nachleihzeit. Soll bei der Masse hier eine Sekunde kürzer sein, nämlich 24 Sekunden. Der Sigma-Wert 1.8, die Streuung 213 Meter, ist natürlich auch wieder ein bisschen gewachsen horizontal aufgrund der höheren Reichweite. Auch die Turmdrehgeschwindigkeit hatten wir beim 9er schon, 36 Sekunden. Ich denke, das ist nicht weiter so dramatisch. Daran kann man sich gut gewöhnen und kann man auch gut mitarbeiten mit den 36 Sekunden. Man steht ja hier sowieso meistens Bow-on, um eben seine Geschütze einsetzen zu können. Bei der Sekundärbewaffnung sieht man hier eine Reichweite von 8,3 Kilometer, was echt ordentlich ist für Kreuzer. Wir haben hier 4x339 Millimeter und 6x239 Millimeter. Heißt am Ende mehr Granaten, mehr Reichweite. Der Alpha-Damage, Brandwahrscheinlichkeit und Minusgeschwindigkeiten sind aber soweit mit dem T9 identisch. Dazu gibt es eine Flugabwehr, die nochmal einen ordentlichen Sprung nach oben macht. Wir haben hier auch 6 Kilometer Reichweite, aber schon 8 Granaten in der Luft mit 1750 Alpha-Damage. Die Langstrecke kommen 196 kontinuierlicher Schaden dazu mit 90% Trefferwahrscheinlichkeit. In der Mittelschrecke ab 3,5 Kilometer kommen dann nochmal 207 kontinuierliche Schaden dazu mit 90% Trefferwahrscheinlichkeit. Und anderthalb Kilometer später, nämlich ab 2 Kilometer, kommen dann nochmal 221 kontinuierliche Schaden dazu mit 85% Trefferwahrscheinlichkeit. Das heißt, flugabwehrmäßig sind wir dann auf jeden Fall ganz gut aufgestellt. So würde ich das jetzt zumindest von den Zahlen her einschätzen. Bei der Geschwindigkeit legen wir nochmal einen kleinen Sprung hin. Standardmäßig sind wir dann mit 33 Knoten unterwegs, 770 Meter Wendekreis, 14,5 Sekunden Ruderstellzeit. Ist auf jeden Fall alles ein bisschen weniger als bei Schlachtschiffen. Das merkt man schon, aber ein bisschen in Anführungsstrichen schlechter als bei den Kreuzern. Die schaffen hier schon einen vernünftigen Mittelweg, wie ich finde. Bei der Erkennbarkeit an der Oberfläche sind wir mit 14,8 Kilometer angegeben, aus der Luft 10,1 und wenn wir im Nebel unterwegs sind und unsere Hauptgeschütze benutzen, dann 12,1 Kilometer. Bei den Verbrauchsmaterialien, das setzt sich jetzt schon so durch den ganzen Forschungsbomb durch, haben wir natürlich ein Schadensbegrenzungsteam. In Slot 2 Hydro und defensivet Flaggfeuer. Gerade unter der Prämisse, dass hier die Flagg sowieso schon einen ganz ordentlichen Eindruck jetzt macht. Dazu noch defensivet Flaggfeuer zu benutzen. Ich glaube, das kann den einen oder anderen Träger richtig gut überraschen. Dann haben wir eben die Wahl wieder zwischen Jäger oder eben Motorboost. Ich denke hier, dass der Motorboost natürlich auch hier wieder die Wahl ist. In Slot 4 dann den Hauptbatterienachladebooster wieder dabei und in Slot 5 gibt es die Reparaturmannschaft. Es ist natürlich jetzt sehr, sehr früh, um irgendwie zu sagen, ja, das wären coole Schiffe oder das wären nicht so coole Schiffe. Dazu ist es einfach wirklich, die sind gerade mal vorgestellt worden, die Werte werden sich noch x-mal ändern und so weiter. Aber ich denke, dass ihnen hier, wenn die Werte ansatzweise zumindest so bleiben, das gelingt, dass man wirklich so ein Schiff dazwischen hat, zwischen den Kreuzern und den Schlagschiffen. Das ist ja auch der Sinn von Schlagkreuzern. Aber so wie ich das hier lese, gefällt mir das eigentlich schon relativ gut. Auch, dass die Schiffe nicht ganz so schnell sind wie die Kreuzer, aber auch nicht jetzt plötzlich total langsam oder so, sondern dass man halt hier trotzdem immer noch den Motorboost dabei hat, immer noch so um die 40 Knoten teilweise erreichen kann. dass die Verborgenheit noch einigermaßen passt bei der 25 mm Panzerung. Was mir hier aufgefallen ist, ist, dass wir hier gar keine Torpedos dabei haben. Die französischen normalen Kreuzer, also ich sage mal schweren Kreuzer, die haben ja dann Torpedos dabei, während hier bei den Schlagkreuzern davon nichts dabei ist. Speziell wird eben auch die Fahrweise für einen Kreuzer sein. Alle Geschütze, Hauptgeschütze in der Front, Bow-on, so eine Sachen. Also, ich glaube, dass das wirklich was ganz Spannendes sein kann. Mal gucken, wie es dann tatsächlich wird, wie die Schiffe sich verändern werden. Wenn sie bearbeitet werden und wenn sie dann natürlich auch mal in meinem Testschiffhafen stehen, werdet ihr natürlich hier bei mir auf dem Kanal dann Videos dazu finden. Und damit sind wir am Ende dieses Videos zu den französischen Schlagkreuzern, was man eben dazu jetzt aktuell sagen kann. Ich hoffe, das war für euch informativ und unterhaltsam. Wenn es so war, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert kostenlos den Kanal hier bei YouTube, Glocke drücken, nicht vergessen, kommentieren. Was haltet ihr von diesen französischen Schlagkreuzern? Freut ihr euch da drauf oder findet ihr, die sind obsolet, die sind überflüssig, die braucht keiner? Gerne konstruktiv unter dieses Video reinschreiben. Wollt ihr mit World of Warships anfangen oder mit Seacrout über YouTube hinaus in Verbindung bleiben? Gerne in die Beschreibung schauen, da gibt es eine Anleitung, wo man uns alles so findet und wie man mit World of Warships anfangen kann und das Maximale da rausholt. Ich sage jetzt vielen herzlichen Dank für eure Zeit und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Seacroutsteam, euer Andi. Ciao, ciao.